wieder zurück in rise of the ronin moin hier ist der angelus wir machen heute weiter mit einigen aufgaben hier wartet gleich eine nebenjahr auf mich eine neue nebenaufgabe die aufgetaucht ist hier im neuen chiba dojo der verstoßene schwertkämpfer ein lehrer in einem dojo sucht einen fähigen assistenten ok klingt interessant damit geht es heute weiter schön dass ihr dabei seid leute willkommen hier zurück zum let's play von rise of the ronin wo wir ständig gerade die letzte episode nur neue leute kennenlernen mit dem wir auch noch bindungen eingehen und geschenke verteilen müssen immer mehr leute kommen dazu dann das ist kapitel zwei mal gucken was im kapitel drei noch passiert ob wir da auch wieder 20 neue leute kennenlernen und so was da muss man erstmal den überblick behalten wer zu wem gehört und wer welche anliegen hat und so weiter aber im moment funktioniert es noch ganz gut weil wir mit den anderen jetzt nicht mehr so viel zu tun haben die wir auch schon auf rang 4 aufgewertet haben naja machen wir es mal weiter leute vielen dank für den daumen hoch in der letzten folge und hier haben wir den schwert meister der sieht aus wie der typ der uns in meiner wildnis anlabert von wegen dass er schüler hat die wir zerkloppen sollen verzeih bitte die störung doch ich hätte eine dringende bitte an dich hör mir kurz zu ja hätte aber eine andere stimme okay okay ich höre ich bin lehrer in einem dojo weißt du neulich sah ich wie einer meiner schüler einfach einen fremden auf der straße getötet hat ich stellte ihn natürlich zur rede und wollte ihn bestrafen aber ich brachte es nicht übers herz und er ist geflohen trete ich meinem schüler wieder gegenüber werde ich sicher wieder zögern ich kann ihn nicht aufhalten bitte wirst du es für mich tun wenn das ein schüler von dir war und der hat jemanden getötet dann hast du vielleicht als lehrer ein wenig versagt oder okay ich helfe dir aber danke jetzt wo er blut geleckt hat wird mein schüler immer weiter töten uns bleibt keine andere wahl als ihn zu beseitigen und das schafft er als meister nicht alleine aber das ist weit weg und warum regnet das schon wieder oh das ist nicht mehr in der stadt das ist auf dem land hier in azabu das ist in der nähe von meinem langhaus wenn ich gerade beim langhaus bin kann ich meinen hund noch mal streicheln und den und ihn wieder auf reisen schicken der müsste auch wieder hier sein ja dann noch geschenke dabei dankeschön geheimagenten anzug stirnwand des gefolgsmann hier hast du noch mal 10.000 lauf selbst von mir sind noch 300 meter ich dachte der sein schüler ist halt in der stadt unterwegs weil er da immer noch auf der straße getötet hat aber anscheinend macht er das hier im umland ist er das da werden holzschwert aber oder wer bist du sag nicht er hat dich geschickt jetzt klingt verängstigt hat mir der andere die nicht die beise abstehen der hatte gar nichts drauf warte töte mich nicht ein angriff und der ist down mein meister schickt dich stimmt's hättest du nur gesehen wie er gelacht hat als er meine mitschüler tötete er weiß dass ich ihn gesehen habe und jetzt will er auch mich finden und töten doch bevor ich sterbe muss ich meine brüder rächen der meister hat seine schüler umgebracht erstattet den meister bericht da muss ich jetzt aber noch mal zur rede stellen also wieder zurück zum dojo nein da steht jetzt hier unten warum steht er jetzt in shibuya in shibuya da ist das hier ein neuer dojo vielleicht ist das sein dojo woher kommt gar nichts los hier habt ihr auch die tür doch kann ich auch machen da ist der typ was ist der für einer denn er hat mich angelogen und warum tötest du deine schüler du bist zurück und wohl auf ist es vollbracht wurde mein schüler bestraft nein du hast mich belogen nicht wahr wovon redest du denn da ist mein schüler nun gerichtet worden oder nicht ja es ist vollbracht habt ihr haben es ja nicht gemacht aber die lügen an natürlich sicher hast du das hast du zufällig auch einen beweis für deine tat dabei ich wäre beruhigt wenn du mir etwas handfestes vorlegen könntest weil er keine zeugen haben will er will seine 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 spuren verwischen ich habe keinen beweis lügen wir kein grund zu lügen der mann trug stets einen dolch an seiner seite wenn du ihn nicht bei dir hast bedeutet das er ist noch am leben na gut dann töte ich ihn selbst so macht es mir spaß und ich werde auch noch stärker was ein arsch was aber ein schwachsinn nur weil ich den dolch nicht dabei habe wer sagt denn dass ich einen dolch du darfst nicht überlegen du weißt zu viel ja jetzt wissen wir auch zu viel und müssen auch zu viel seitlich werden mehr leben ich muss mehr leben auslöschen was ist denn für einer ich hätte mich jetzt gerne interessiert warum er so ausgetickt ist und leben auslöschen will unbedingt und dann hat er alle seine Leute getötet Leute getötet hier du wärst im residenz des chuchu clans erwartet da war schon wieder diese nachricht ich werde da nicht erwartet bestimmt wegen der liebesbeziehung die man mit ihnen eingehen könnte aber nö ganz komischer typ ey hat einfach seine ganzen ganzen schüler getötet irgendwie den verstand verloren anders kann ich mir das nicht vorstellen so das war das der komische schwertmeister wie viel mit der mission ich schon abgeschlossen habe zwei sind noch offen stufe 22 es tut weh gut zu sein zum wohle des landes suchst du nach einem heilmittel für den cholera ausbruch klingt sehr interessant das klingt echt interessant okay die sind immer noch nicht aktiv und sonst natürlich auch keine weitere Bindung sonst werden die auch oben angezeigt das ist die andere Hauptgeschichte für das Militär jetzt sollen wir die cholera heilen Ärzteschule von Kanda dann gehen wir zur Ärzteschule da hat mich auch Katsu hingeschickt okay warum ist denn die Ärzteschule zugenagelt okay wir sind hier so außerhalb von hier ist auch eine Kutsche außerhalb von Edo da ist die Burg schön wie das aussieht mit dem Mond und so man sieht Mount Fuji und die Edo Burg und den Mond in einem Bild das ist toll okay Ärzteschule das ist die Person zu der mich Katsu geschickt hat wegen Cholera stellen wir uns mal vor die sieht aus als wäre die eine wichtige Person wer bist du was willst du hier bestimmt können wir mit der auch eine Bindung eingehen bist du die vielgerühmte Koryphäe der westlichen Medizin das würde ich nicht behaupten aber ich praktiziere westliche Medizin hilf mir ein Heilmittel gegen Cholera zu finden einfach so hilf mir mal Heilmittel und so ich sehe wir verfolgen dasselbe Ziel aber bedauerlicherweise habe ich gerade keine Zeit okay weil hinter dir zugenagelt ist hast du keine Zeit Kaishu Katsu hat mich beauftragt mit dir zu reden ähm ich bin im Namen des Shogunats hier was ist nee wir werden hier Katsu schickt mich der alte der alte Herr Katsu ah die rechte Hand des Shoguns aber ich muss mich erstmal um andere Angelegenheiten kümmern bevor wir reden können ich stecke nämlich selbst in der Klemme ach ich sag dir warum auch wenn mir das kaum weiterhelfen wird Ine Kuzumoto ich habe westliche Medizin studiert und suche hier nach einem Mittel gegen Cholera wir müssen den Opfern dieser Krankheit Beachtung schenken leider war ich bisher alles andere als erfolgreich ich habe versucht ein Heilmittel herzustellen aber es hat sich als Gift herausgestellt ein Tödliches wohlgemerkt es muss gut versiegelt werden sonst entkommt das giftige Gas als das Anti-Shogunat davon gehört hat kamen sie zu mir und wollten wissen wie man es herstellt ich bin sicher sie führen nichts Gutes im Schilder und seitdem schikanieren sie mich bei der Forschung all meine Kollegen haben schon Angst bekommen und sind davon gelaufen sie haben mir heute morgen eine Drohung geschickt sie planen einen Angriff auf mich aber ich kann mich nicht einfach abwenden und flüchten ich muss mein Labor beschützen okay die wird dann wahrscheinlich eine neue Waffe mit dem Gift melde sie doch einfach beim Kommissariat habe ich schon mehrmals aber sie wollen mir nicht helfen ich habe die Vermutung dass mich einer der Beamten tot sehen will es liegt daran dass mein Vater Philipp Franz von Siebold aus dem Westen hierher kam und dass ich seine Tochter nun westliche Medizin praktiziere schürt nur noch mehr Hass dein Vater ist Philipp Franz von Siebold naja okay scheiß Name dann werde ich dich eben beschützen ernsthaft? in Ordnung das freut mich sehr zu hören sie wollen bei Sonnenuntergang zuschlagen bist du vorbereitet? der Mond scheint schon helle ich bin bereit für die Stelle für die ich bin bereit die Tore sind verbarrikadiert es würde lange dauern sie zu öffnen also werden sie bestimmt versuchen durch den Hintereingang zu kommen ich verlasse mich auf dich aber bitte sei vorsichtig darum ist das hier alles verbarrikadiert sie will sich damit schützen okay Verbündete auswählen mit Dings sogar die beiden kenne ich ja schon nehmen wir mal von den neuen Leuten welche mit okay von den Nationalisten können wir keinen mitnehmen Gonzo hatten wir schon wir nehmen Sana mit Sana Chiba die ist ja neu und dann nehmen wir hier der ist auch neu der Shimada der ist der ist vom Odani klar Dings von uns Dojo hab ich einen von Chiba Dojo und einen von Odani mit von den neuen Mission beginnen sie sind hier egal wie wir müssen sie daran hindern das Labor zu zerstören guck mal da Äpfel im Garten sind Gefäße voller Gift wirf sie auf die Eindringlinge ich wollte ja nicht aufs Dach auch hab nicht getroffen kämpfen wir aus 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 Das ist ein Wettbewerb. Ja, das läuft sehr gut. Bogenschütze. Ich höre noch mehr. Ah, nicht ums Gift springen. Mit dem Hacken trifft. Oh, Sana hatte Probleme. Nein, Sana hat nie Probleme. Mit ihrer Stange war für sie ungesiegbar. Oh, wo ich gerade die Kiste sehe. Stehen hier noch andere Kisten? Ja, hier stehen auch noch andere Kisten rum. Auf dem Dach. Oh. Andere Kisten. Ich habe ihn gefl cavt. Oh. 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 schlecht aufgebaut noch mehr einer von unseren kollegen bräuchte mal ein wenig eine heilung mit sprengstoff brennt es brennt der bogen schütze da steht dass der steht du bist noch ganz weit weg der händler da sind die beiden das ist ito und so mit mast ich erkenne euch auch mit masken ich erkenne euch auch mit dem was gerade in der letzten folge noch mit beiden gesprochen es braucht schon mehr als das mich auch ja war Woa 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 Ich hasse ihn mit seinem Gewehr Haben die sich einfach Masken aufgesetzt, ey, und denken, ich erkenne die nicht Das reicht für heute, denke ich Ich verabschiede mich Er verbeugt sich noch Wir treffen uns wieder, ich komme vorbei Hopp, vielen Dank Ich weiß deine Hilfe wirklich sehr zu schätzen Jetzt kann ich mich endlich wieder der Erforschung eines Heilmittels gegen Cholera widmen Aber ich hätte noch eine Bitte an dich Könntest du Dr. Narazaki für mich auswendig machen? Er wurde bei der letzten Säuberung abgeführt und befindet sich in Gefangenschaft Er soll angeblich gerade ein Mittel zur Linderung der Cholera-Symptome gefunden haben Ich habe alle Hände voll damit zu tun, diese Einrichtung wieder aufzubauen Wenn du währenddessen mit ihm reden könntest, wäre ich dir sehr verbunden Ich danke dir sehr Wenn du je Hilfe brauchen solltest Weißt du, wo du mich finden kannst Okay, dankeschön Mal gucken, was die anderen sagen, wenn ich die wieder aufsuche Wie sie jetzt hier besiegt haben Aber die wollten sich dann das Gift unter den Nagel reißen und damit an Sachen machen Nicht das Schuhen hat Okay Ine Kuzumoto Sehr sympathische Person auch Miteinander bekannt Mission abgeschlossen Die müsste dann auch hier Wer ist denn der da? Oh, befreundet, weil wir den mit auf die Mission genommen haben Und Level 37 erreicht Kann ich mit dem hier reden? Der ist nicht wichtig, ne? Das ist voll das große Anwesen hier Oh, sie steht hier im Garten Perfekt Ich wollte gerade sagen, wo finde ich sie dann? Aber hier steht sie Hallo Erstmal gebe ich dir ein Geschenk Weil du auch neu bist Neue Leute kriegen bei mir immer Geschenke Hier hast du ein wenig Schokolade für deine gute Arbeit Aber nicht aus weißer Outfit schmieren Und jetzt habe ich noch eine Frage Die da wäre, oder? Was für ein Mensch war denn dein Vater? Oh, ich glaube Das kann ich nicht so richtig beantworten Selbst in meinen frühesten Erinnerungen War er bereits aus dem Land vertrieben Daher erinnere ich mich gar nicht an ihn Und ich habe ihn auch nie besonders vermisst Als ich älter wurde Und anfing Medizin zu studieren Begann ich langsam ihn zu respektieren Aber als Arzt Nicht als Vater Okay Respektiert nur als Arzt Aber nicht als Vater respektiert Das ist Sagt schon viel aus über die Person dann Oh Na gut Wiedersehen Hier unten ist noch irgendwas los Oh Hundi Ja ja Ich bin da Lauf Hat wieder ein Herrchen verloren Möchte uns wieder seine Leiche zeigen Hier am Baum Okay Na ja Dankeschön Hast du schön gemacht Wolf Wie groß der ist Guck dir das an Das ist einfach ein Direwolf Vom Haus Stark Und da ist er wieder weg So aber das Das interessiert mich jetzt Die anderen anzuquatschen Mit dem was sie gesagt haben Mission Ist ja aber erst auch eine neue Bindungsmission Aufgetaucht Am Ende des Angriffs Von dem Die Bindungsmission Der ist ja auch schon lange nicht mehr wirklich Auf unserer Seite Oder ich bin nicht Ich bin schon lange nicht mehr auf deren Seite Ist sowieso richtig Das geht auch hier los Bei der Residenz des Jojo Clans Das hat den anderen Jetzt bestimmt nicht gefallen Dass wir da gekämpft haben Ne An der Krankenstation Aber was für ein Scheiß Dass die Überhaupt Ich meine Die suchen da nach einem Gegenmittel gegen Cholera Und die greifen da einfach an Und der andere Typ hier Der redet auch immer schon Die ganze Zeit davon Dass man was gegen die Cholera tun Aber trotzdem greifen sie da Dieses Krankenhaus an Was überhaupt nicht hilft Hast du das auch gesehen? Hat er was zu erzählen vielleicht? Ne Der hält sich da raus So so Ich bin immer bereit Dir zuzuhören Wir sehen uns Der sagt dazu nichts Hier Er hat ja die rote Maske auf Mit der Nase Das war er Kann ich helfen? Naja wir haben uns eben getroffen Hast du nicht gemerkt? Hm Er sagt gar nichts dazu Das finde ich schade Dass die nicht darauf reagieren Dass er jetzt gar nichts dazu sagt Dann sagt der andere Wahrscheinlich auch nichts Der hatte die Fuchsmaske auf Die Weiße Kann ich dir helfen? Erkennt man ja an seinem Gewehr Dass er eben da rumgeballert hat Das finde ich ein bisschen schade gemacht Dass sie jetzt nicht wirklich Etwas dazu sagen Erstklassig Sondern dass wir einfach hier Immer noch Best Buddies sind Da wo wir eben Gegeneinander gekämpft haben Ah Verstehe schon Ein wildes Hin und Her Mit den Leuten Ich denke Das war dann alles Schicksalhaft Ich hab bei ihm hier Schon Stufe 4 erreicht Cool Dann hab ich den auch fertig Kann ich dir helfen? Und da keine neue Gesprächsoption? Ah Verstehe schon Man sieht sich Bin ich mit dem durch Was kann ich für dich tun? Oh Wie schön Auch nichts Das dauert noch bei Fumi Wenn du mich entschuldigst Auch Fumi ist auf 4 Mit der bin ich auch fertig Ich mach Fortschritt Mit den Leuten Was kann ich für dich tun? Aber schade Dass keine neuen Gesprächsoptionen auftauchen Jetzt wo man auf 4 ist Na gut Naja Aber in der Bindungsmission Mit Gensui Die haben wir noch dabei Ich werde jetzt gehen Da werde ich mal in der nächsten Folge Dann gucken Was der auf den Herzen hat Bin ja sowieso gerade hier Kann ich auch nicht stehen bleiben Okay Gut Leute Wir haben heute die Ärztin kennengelernt Die ein Heilmittel gegen Cholera sucht Und haben sie verteidigt Gegen die Leute Die wir auch kennen Toll Dieses Spiel Mit den ganzen Fraktionen Und wir Bewegen uns einfach immer Auf beiden Seiten Und Kennen die Leute Die dann da angreifen Schlagen sie aber Wieder in die Flucht Aber Das scheint die auch nicht zu interessieren Die Begrüßen uns hier auch wieder Wie gute Freunde Das ist merkwürdig gemacht Aber man gewöhnt sich dran Dass wir Quasi auf beiden Seiten So mitkämpfen Aber im Moment Bin ich mehr auf der anderen Seite Da Trifft man Zur Zeit richtig Interessante Und sympathische Personen Ich hoffe euch hat es auch gefallen Dann lasst gerne einen Daumen hoch Dafür das Video Und dann bis zur nächsten Episode Von Rise of the Ronin Haut rein Bis dann Ciao 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 Vielen Dank.